Die beliebte YouTuberin Dagi Bee, 27, schwebt seit rund vier Monaten im absoluten Babyglück. Die Influencerin und ihr Mann Eugen Kasakow, 27, durften am 23. Dezember 2021 nämlich ihren ersten Nachwuchs, den kleinen Sohnemann namens Nelio, auf der Welt begrüßen. Seither gewährt die Beauty-Expertin immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mama. Jetzt gab sie ein besonders niedliches Update. Dagi teilte jetzt ein neues Familienfoto, mitsamt ihrem kleinen Nelio. Den niedlichen Schnappschuss postete Dagi jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Bild posiert die 27-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Eugen und ihrem kleinen Schatz Nelio in lässigen Outfits auf einer Allee, die mit blühenden Kirschblüten gesäumt ist. Auf dem Pick trägt der stolze Papa den Kleinen auf dem Arm. Familie, betitelte die YouTuberin den Netzbeitrag kurz und knapp und fügte der Bildunterschrift zudem ein rosafarbenes Herzchen-Nemoji hinzu. Bei diesem Anblick waren nicht nur Dagi's Fans total aus dem Häuschen, auch Eugen freute sich riesig über das süße Posting seiner Frau. Der Unternehmer brachte seine Begeisterung in der Kommentarspalte zum Ausdruck. Er hinterließ seiner Liebsten auf der Fotoplattform vier orangefarbene Herz-Emojis. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017